Da. Setz dich doch. Ich habe uns auch ein bisschen was vorbereitet. Was soll denn das werden? Nix. Ich dachte, es war doch schön und vielleicht... Willst du mich wieder flachlegen? Was glaubst du denn, dass ich seit zwei Jahren um Frede Stiftung für die Opfer des Börsencrashs Asylum Yacht Club kümmert? Nur weil ich einen wohlhabenden Mann gerade... Es waren drei wohlhabende Männer. Papa hatte auch zwei Frauen. Weil die erste ihn wegen eines Dattel-Importeurs verlassen hat. Da hat er doch schon seit zwei Jahren ein Verhältnis mit seiner um 30 Jahre jungen Zugefrau. Lass meine Mutter aus dem Spiel. Nein, hatte meine Mutter den Mut, ihr Leben zu ändern, anstatt sich umzubringen. Das Haus in der Schweiz. Hat er das eigentlich vermietet? itterne Aiheena. Das Haus in der Schweiz.